3, 2, 1, GO! Und dann frag ich mich, was wird hier eigentlich geschaffen an diesem krassen Tag, eben und doch in dieser krassen Nacht das vierte Video mittlerweile klar, oder wie hat sich das hier noch wieder einfach mal da? Ginias Frag ist die Frage, wer zu was denkt und wer, wer so geht das hier weiterhin vor? Und ja, ich bin und bleibe Ginias Frag, wer zu was denkt und wer immer noch? Und so ist der Fluch der Rapper sicherlich, so dass ich als Lichter mich dann natürlich ja schon wieder nichts war, sondern einfach bloß mal wieder wie mein Schicksal mit Tod in der Note und hier mit dem Todesstoß, natürlich das schon wieder weiterhin wieder das Gebot, das natürlich doch schon wieder hier jetzt gerade kein Gebot sein sollt gehen, wollt ihr natürlich doch schon wieder hier ja irgendein Hitler, oder bin ich, bleib ich doch nur wieder am Kopf hinlassen, von dem was ich hier gerade erschaffen nicht deklarieren darf, Ginias Frag, wer zu meinem Kills beschreiben und natürlich auch am Kills meiden, oder doch nur früher hier jetzt gerade am Schmeißen, von Blitzen, von Meisten ins Ritzen, oder doch nur früher eben ein meistens Blutzen, Kram, wie zum Beispiel Leben drin, den ich hier natürlich auch nicht so bringen kann, muss auch voran, aber wahrscheinlich ist dann ja sowieso alles wieder mal ganz klar, so dass ich hier schon wieder was war, ja stimmt erklärt, sowieso wieder ganz klar, aber und dann ist alles wieder da, sowieso ist noch rancid dran, und da hatten wir dann auch jeden etwas anderes gefunden, mit dem gefangenen Sound geben, Ginias Frag, super, weil mir das nicht erlauben uns davon zu fehlen, gegen die, die natürlich auch schon wieder hier jetzt sind, wo sie wieder hier sind, aber und dann sind wir hier am Namen wirken, uns irrsinniger, weiß grad natürlich auch schon wieder hier mit dem Meister, meist klar, aber und dann meistlich manchmal, manchmal natürlich auch wieder manchmal, leider auch etwas, was vielleicht war, aber und dann natürlich auch nicht reichbar, und zwar eher, aber und dann erreichbar, wer, wer ist da erreichbar, wer, wer hat sowas denn wieder einmal, also Ginias Frag, super, aber was mich bei euch hier einmal im Reimblatt, während ich hier natürlich auch wieder, nicht die Einmüge sah, unser Ausgrad, nein, ich bin dabei, und der Typ mit dem Auftrag Ginias Frag, Das ist der Ginias Frag von Keinemann. Ich bin doch hier, was das ist ein Or. Jetzt bin ich hier, wir wurden von Germany in Reimblatt, und dabei bin ich hier, ist schon mal ein Ding. Ich komme hier aus. Du bist ein Ding. Ich komme hier aus.